Blames, Sound of Blame, Failure Nightwish, Imaginare Trivia, Englis Nets Fixed, Death Hell Im Moment hat hier keiner für R.S.W. Krach gemacht. Wo sind die Deathblades und Sehns, Alter? Räuft! Das wird lustig! Was lustig ist, dass die Sabaton-Fans sich mit den Machine Head-Fans jetzt langsam in die Bolle kriegen. Genauso muss so ne Party sein. Und damit wir beide uns da rausziehen können, da wird nicht einer sagt, ihr seid schuld. Haben wir jemanden ausgewählt, der die Laudatio hält für den Gewinner und den Gewinner ziehen wird? Ein Mann, der seit über 20 Jahren im Musikgeschäft ist, der bei Festivals gespielt hat, ihr habt ihn alle schon gesehen, er war beim Summer Breeze, er war in Bank, er war bei allen großen Festivals. Er ist Songwriter, er ist Manager, er ist Musiker, er ist Komponist, er ist Poet. Und er kommt dir aus der Gegend. Die Herren, die Herren, macht bitte einen riesen Applaus für Budensky von Zappo in Zerli. Mein Mikro! Hallo! Vielen Dank für die Einladung, das ist ne geile Party. Vielen Dank übrigens, dass wir nominiert waren für die beste deutsche Band. Wir haben diesen Award schon mal eingesagt, aber dieses Jahr gegen Rammstein keine Chance. Ich finde, das beste Album ist sowas wie die Königsdisziplin. Weil die Band brünen kann jeder, aber ein geiles Album machen ist schwer. So, ich mach mal die Brüder aufsetzen hier. Das ist schwer, glaub ich. Kopf an Kopf rennen würde ich sagen. Ich hab keine Ahnung, wer gewonnen hat. Aber letztlich ist es wichtig, welche Blatt am Ende die größte Langzeitwirkung hat. Und welches Album man immer wieder hören will, auch nach lang langer Zeit. Ich hab meinen eigenen Favoriten. Und ich brenne für diese Band. In Flames! Und ich bin einiger Dissertsinger. Ich bin einiger Dissertsinger. Ich bin einiger Dissertsinger. Ich bin einiger Dissertsinger. Danke sehr. Seht euch das gut bei einem guten Garten. Kann ich hören? MACHINE FUCKING HEAD 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 Thank you so much Thanks to Torsten You guys at Metal Hammer Our working company at Trimedia And of course, the readers and the fans Without you, we wouldn't be cutting that one So, thank you very much Thank you very much The 20th one time to set this INGRAPING CLASS